Herzlich willkommen zurück hier in Skylanders. Das letzte Mal waren wir mit Varnando unterwegs. Wir werden heute mal wieder mit Spyro anfangen und wir werden doch nun endlich mal zur Ölnacheninsel aufbrechen. Also auf geht's. Ich bin bereit. Endlich nimmt mich mal jemand ernst und sogar ohne Witze wie, der ist ihm durchs Netz gegangen oder sonst was in der Art. Wow, okay, los geht's. Äh, ja, du solltest dich übrigens besser festhalten. Oh, wir fahren einfach mal. Oh, das ist ein fliegendes Schiff, sehr schön. Weißt du, hier war es schön, bis die Trolle kamen und nach Öl bohrten. Sie geben es Chaos. Für seine verrückten Maschinen. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, haben sie mein Volk gefangen genommen. Aber jetzt bist du ja hier. Kümmere dich um alles, Skylander. Befreie sie und erteile den Trollen eine Lektion. Und beeil dich. Ich rieche schon Kochfeuer und Dillsoße. So, auch hier versuchen wir natürlich wieder alles zu finden. Ein Feuerportal. Wir haben auch kein Feuerskalender, also können wir nicht alles finden. Außer wir finden hier einen. Schnell, rette die Leute, bevor sie als Fischstäbchen enden. So. Hier haben wir schon mal eine Schriftrolle. Das ging schnell. Anfangs war Öl für die Malkin eine beliebte Haarspülung. Leider sind ihnen dadurch aber sämtliche Haare ausgefallen. Jetzt, wo die Malkin alle kahl sind, ist das Öl also nur noch Treibstoff für ihre Technologie. Möchtest du uns sagen? Meine Fischfurcht ist vorbei. Die Skylander sind hier. Wir werden aber auch doch ein Wasser-Scan in diesem Level, glaube ich. Wir nehmen einfach mal, doch wir tauschen noch mal kurz. Wir nehmen Spyro weg. Und nehmen unseren Fisch. Und der komischerweise... Also ich würde schwören können, dass das so einer ist. Der kann nämlich jetzt schwimmen. Gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwas übersehen, wenn wir nämlich nicht hingehen würden. Hier war jetzt mal nichts. Auf der anderen Seite vielleicht. Muss ja immer mal gucken. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Na gut. Hätte hier aber sein können. Hier kann man auch nicht rüber. Nee. Mit dem Schiff sind wir angekommen. Oh, das ist ein Troll. Vorsicht vor seinem Werkzeug. Ich habe auch... Leite den Energiestrahl um, um das Tor zu öffnen. Ja. Oh, da hinten sehe ich doch aber was. Was haben wir denn da? In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Oh, kaputt. Äh, kaputt. Aber... Wir haben hier einen neuen Skylander gefunden. Ein Feuer-Skylander. Natürlich. Ich habe mich natürlich jetzt auch nicht vorbereitet. Wir wollen ihn aber mal gucken. Und in der Zeit, wo ihr guckt, hole ich ihn schon aus dem Regal. Also, viel Spaß. Ach, Wormschel habe ich gar nicht. Sonst wäre auch ein Wasser-Skylander da gewesen. Sehr schön. Wormschel ist noch einer der zwei Skylander, die mir jetzt noch fehlen. Mir fehlen nämlich nur zwei Stück. Nämlich einmal Wormschel und Ignitor. Oh, nee, gar nicht, weil Ignitor haben wir. Sunburn. Sunburn wird... Werde ich mir auch noch besorgen. Nämlich, das ist auch so ein Erweiterungs-Paget. Das ist ein Phoenix. Aber diesen Wormschel habe ich geguckt. Der kostet bei Amazon 50 Euro. Das ist nur eine Figur. Also, das bin ich nicht bereit zu zahlen. Ich habe Wormschel. Aber leider aus der zweiten Version in Lightcore, heißt das glaube ich, wo er dann leuchten kann. Und den kann man nicht für den ersten Teil benutzen. Was sehr traurig ist. Und deswegen bin ich mir noch nicht sehr... Vielleicht finde ich ihn ja mal noch bei Ebay irgendwie für etwas weniger Geld. Aber auch da habe ich geguckt und der ist wirklich sehr wertvoll anscheinend. Man fragt sich, warum. Die unterschiedlich und wertvoll sind. Zauberknirch. Der kann eine Art Laserstrahlen schießen, anscheinend. Zugangstück von Alpha. genau da müssen wir auch noch mal immer noch mal zurück in dieser zone sind skylander des wasser gehen wir noch mal zurück und haben das tor wer weiß vielleicht gibt es auch noch irgendwas die branche ist echt traurig hat sich zurückgehen müssen dafür aber wird doch mal den alternativen weg normal in dieser zone sind skylander des wasserelements stärker wir watscheln hier fröhlich lang hier haben wir schon mal eine kiste das heißt in der insel müssen wir früher oder schwer noch mal zurück da habe ich noch kein feuer das kalender haben blaster troll man kann also damit seinem gewehr schießen in dieser zone sind skylander des wänden dazu kommt ja dann tauschen wir an der stelle ja nochmal den füsch gegen tregeidi aha ok hier haben wir einen schlüssel einen schlüssel brauchen wir wahrscheinlich hierfür wir müssen davon fünf stück auch noch befreien das ist das die siegel hier brauchen wir wieder hier brauchen wir wieder einen Wasserskalender und heute nochmal wieder tauschen hier ist eine kiste ich habe schon mal die zweite kiste gefunden die letzte kiste wird in der feuerwelt drin sein hier müssen wir nochmal schnell tauschen fürchte den fisch in dieser zone sind skylander des wasserelements stärker für irgendwas finden hier ist man nichts hier rein nein oh da ist was oh noch einen skylander vielleicht haben wir ja doch glück und finden einen Wasserskalender das aber nicht so aussieht oder nee es ist Technologizka Lennar nämlich Boomer der habe ich ja auch aber noch einen ausgepackt ah das ist Technologizka das heißt wir haben jetzt schon zwei neue Skylander gefunden den einen können wir im nächsten Part dann auch nochmal angucken nämlich Boomer den anderen wie gesagt leider nicht den kann ich euch gerne mal zeigen wie er in Lightcore aussehen sollte kann ich mal darauf stellen aber es wird nichts passieren leider so so also wir müssen den nach links bewegen einen dann hier drauf drücken oh und der wirft jetzt granaten oder was hier kommen wir noch nicht durch hier müssen wir das erst mal drehen und wir da hinten durch fahren wir erstmal ihn hier 2 von 5 hier kommen wir in das feuerlevel haben wir leider noch nicht entdeckt kommen wir nämlich nochmal wieder hier oben hin jetzt kommen wir da hin wenn man da durch geht jetzt haben wir einen neuen gegner noch ein panzer jeder panzer hat seinen schwachstellen oh wir haben ganz schön viel schaden raus naja der hat uns fast besägt das ist die frage wie kommt man da hoch wie kommt man da hinten also hinten kommen wir bestimmt mit dem portal hin wie kriegen wir das auf ist die frage hier können wir auch nochmal drehen die frage was das bringt das habe ich aber noch nie rausgefunden glaube ich was das bringt das hier noch zu drehen ist jetzt hier auch was passiert nicht wirklich nicht wirklich gut dann gehen wir da hinten durch das portal nochmal durch hier ist noch einer law okay hier 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 Ich sehe uns aber nur ein Schlüssel Na, das ist die große Fall Wo ist denn der letzte Schlüssel jetzt? Hm Eine sehr, sehr gute Frage Ach da, nehmen wir doch den hier Nehmen wir auch den Käse, den wir wieder voll Mal hin, das geschafft Wie kommt man da oben hin? Da haben wir auch mal noch eine Rätsel Wie kommt man denn hier oben hin? Naja, vielleicht muss man erstmal alle freilassen Vielleicht Vielleicht auch nicht Warte Du hast es geschafft Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte Ich sage es nur ungern Aber wir brauchen nochmal deine Hilfe Es ist diese Fabrik Sie verschmutzt die Gewässer und macht alles dreckig Sie ruiniert alles Bitte hilf uns sie zu zerstören Mit der Bombe Also, weißt du, wenn du eine Trollbombe in die Flossen kriegst Und sie in den großen Rauchspucker wirfst Das sollte klappen Kabumm Die Trolle wären weg Unsere Heimat wäre sicher Und ich hätte vielleicht endlich nichts mehr zu meckern Aber irgendwas finde ich schon Oh, tut mir leid Da unten ist noch eine Kiste Also, drei Kisten haben wir gefunden Das heißt, das Geschenk wäre noch da wahrscheinlich In der Feuerwälde Das war toll Besonders für eine Landratte Du hast uns alle gerettet Danke Stufenauf Das heißt, der legendäre Schatz Und den Hut Den vermuten wir jetzt einfach mal in der Feuerwälde Wo ich den legendären Schatz Kann ich mir das nicht vorstellen Aber könnte natürlich sein, dass er da ist Und dann müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederkommen Weil wir einen Feuerskalender gefunden haben Ich versuche noch immer Durch den Waldblick zu schauen Aber er ist etwas rostig und Er lässt sich nur bis zu einem bestimmten Punkt drehen Lass das bitte, Fischstäbchen Ich muss mich konzentrieren So, es ist fertig Tadaa Im Namen meines Volkes überreiche ich dir diesen Nickesel Der Name war nicht meine Idee Mit mehr Öl, als du je brauchen wirst Sehr beeindruckend, Meister Gurgelfin Und genau das ist es, was wir jetzt brauchen Perfekt Wir sollten damit den Waldblicker reparieren können Schnapp dir ein Kännchen von dem Zeug Und triff mich da oben Dann werden wir in der nächsten Part Den Waldblicker reparieren Mit einem Kännchen Öl Den wir da hinten schon erkennen können Und dann zeige ich dir an dieser Stelle Wie der falsche Video gefallen hat Jetzt doch einen Daumen oben da Wenn nicht, dann nicht Und tschüss Dann geht's Dann geht's Dann geht's Dann geht's Weißt du